Wir fragen gerade ältere Menschen, wie die so mit der Rente zurechtkommen. Jetzt sehe ich, sie sind ja schon hier mit einem Becher und mit einem Schild nicht so gut. Nee. Wie alt sind Sie denn, würde ich fragen dürfen? Ich bin 73. Ich kann unterstützen. Ich weiß auch nicht, wohin. Schwierige Zeiten auch hier, ne? Oh, ja. Wie? Ja, ist gut. Danke. Hier. Noch mehr. Noch mehr. Hier haben wir noch einen. Einer ist noch da. Packen wir auch noch mit rein. Ich kann nicht glauben. Ja, ja. Wer sind Sie, Heilige? Nein, nein, nein. Einfach nur. Ich bin noch im Saak, am Schlafen. Nein, nein. Alles gut. Ich heiße Marc. Ich heiße Maria. Maria. Übrigens. Ja, ich weiß nicht. Übrigens, an diesem...